Oh, mies, mies. Ich komm gar nicht hin, wo die Gegner sind. Wenn der nicht hinkommt, dann lauf ich dich halt. Hast du den Booman erledigt? Ja, ja, der hat die Zählung. So, ich bin jetzt noch bei den. Ich bin hier. Was ist der denn? Ich darf nur die Gegner schieben. Uiui. Ich mach mal ganz viel Feier. Huch, solltest man nicht machen. Habe ich auch gerade gemerkt. Wenn ich nur wissen, wo die Geilste sind. Ja. Ich bin jetzt bei Duff Cabin. Ich bin jetzt bei der Wende gesprengt. Oh. 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 Da war alles Boah, ich hab von zu dem jetzt noch keiner den Arsch Ich hab von zu dem jetzt noch keiner den Arsch Was? Hilfe, Hilfe! Hau, na auf! Nein, die... Gebt ihr denn noch den Türen? Aber die ist tot Jungs, da draußen! Ja, wir haben hier drüben hier alle Da kommt der nächste, Danny, von zu hinterm B2, komm Geisel 3, die Geisel sichern Geisel Evakuierung erfolgreich Jihah Vollzeit, danke Auf einmal, wo wir drinnen waren, kamen auch immer so vier, fünf Leute rein Ja, das ist schon raus, weil du die Geisel hast, kommst ja alle Ja, ja, aber letztlich bin ich halt in dem Moment gestorben Ich dachte, ich hätte noch einen erwischt Oder ich hoffe, dass ich zumindest noch einen hinein habe So, ist das ganz interessant zu wissen, was ich noch machen muss? Ich bin fertig Spätznaus muss ich noch machen Ja, GGN und Spätznaus Können wir gleich drinnen bleiben Ja, überlappelt man dann Oh, noch ein paar Punkte, dann bin ich Level 26 Läuft, oder? Was hast du davon? Nichts Cool! Ja, finde ich auch Ah, wieder einer Geisel evakuieren Ach, schon wieder Was? Eine Geisel evakuieren? Ach, du bist doch eine Dreckung Entschuldigung Spätznaus war rot, ne? Ja Spätznaus sind die roten, jawohl Ich will! Gut, dann habe ich noch was anderes GGN, wa? Blau Doch, Moment da oben Buck Nein, das ist der falsche blaue Nein, Buck ist keiner da Das hat nichts damit zu tun Die Runde hätte ich nicht mit meinem Cool, ich habe einen Ach, Buck habe ich tatsächlich doch genommen Ja, nicht eingewählt Ja, ja Ja, beide weg Oh, böse, böse Als nächste Runde nehme ich Fuse Weil ihn muss ich noch machen Schauen wir mal Wir brauchen nicht Kontakt zur Geisel Die feindlichen Ziele bestätigen Ach du, ich habe noch ein bisschen Zeit Ich habe gehört, du musst nachher weg Und wir machen noch was weiter Ich habe gar nicht gehört Ich muss dann bei den Hirn, ne? Spielen Ja, ja Dam, dam, dam Dam, dam, dam Mach ich Single Let's Play Ja, dann sing doch Mach ein Single Let's Play Ich spiele äh Sing Star Das wollte ich nicht hören Nee Nee Ja, doch mit dem verdammten guten Anwalt vielleicht Ja Uiui Uiuiui Uiuiui Das ist halt alles in der Kontrolle Habe ein Terrorist töte Terrorist Naja, schön Du spreng Tobi Uah, uah, uah Da hinten versteckt sich ja noch Läuft bei euch Das wird doch gut sein Uiuiui Ok, oberste Etage ist sauber Oh, ich hatte mich schon Geisel lokalisiert Die Geisel sichern Geisel gefunden Bleiben Sie töten Nein Kein Terrorist Das ist so wie Geisel Was ist hier los, ja? Wtf Was ist hier los, ja? Oh, die Dings Äh, Bienen Los ist an Gegnern Wir haben die Geisel Sofort zum Evakuierungspunkt eskortieren Feinde nähern sich Die Geisel werden uns gesichert werden klar Fuh! Ach! Ich hätte grad tiefgehen können Hier sieht es sauber aus. Die Geister ist bei mir. Mit dabei. Ich habe diesen Weg von dem einen Gebäude zum anderen Gebäude auf dem Schirm. Ah, ihr lauft aus dem Raum, ok. Ja, ja. Ich habe gerade nur hinter uns noch einen erledigen müssen. Kein Problem. Ich bin auf dem Dach. Ist die Evakuierungstunde frei? Die wird da frei sein, weil da jetzt wahrscheinlich mehr alles inrennt. Ja. Oh, hallo. Oh, Blutgrenad, ich sehe nichts. Wo, wo, wo? Okay. Wir haben die Geisel freigelassen. Wir müssen die Geisel wieder sichern. Sehr schön. Aber auch Glück. Geisel befreit. Wir sind gerade gewaltig schief gehen können. Hm. Gut gemacht. Ja. 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 Ich verrate dich nicht. Also einmal den, den ich gerade hatte. Was noch? Einmal den ich gerade hatte und einen blauen, ja. Braucht er. Ja, ich brauche. Ja, Sledge und den, wo ich hatte. Also Fuse. Ja, ich hätte gerne Fuse. Okay, ich nehme Fuse. Nein. Ich nehme Fuse. Nein. Ich nehme Fuse. Ich nehme Fuse. Ist das Fuse? Den hat er auch. Und dasch dich mal, Ash, aus. Ich habe Klairs. Pokéball, los. Ich gehe auf den Flügel und Sniper durch die Scheiben durch. Jo, mach das. Ich zuschieße einfach das Flugzeug. Ja, super. Mit zwei Bohraufsätzen, die du hast. Mehr hast du nämlich nicht. Willst du nicht Fuse nehmen? Hab ich doch. Hat er doch. Doch. Nein. Doch, hat er. Du doch mit, Mann. Ach so. Was heißt der Mann? Das ist eine Aussage, kein Geschlecht. Oh. Okay. Das ist ja doof. Nippie. Hä? Hä? Das beleide ich schon Kevin jetzt schon wieder. Ne, ich beleide ich dich. Ich bezeichne dich jetzt als Kevin. Was? Ja. Du Tommy, du. Woah, sie versängt Auto. Entschuldigung, du musst die Hand in der Auto nehmen. Geht doch nicht mit einer Hand zocken, ist doch kacke. Er kriegt's auch hin. Bunga. 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 Woah. Das war grad jetzt hinten knapp. Der legt ein Sensor an den Teeter vor mir. Legt? Ja, der kam grad auf drei von uns zugerannt. Oder auf zwei. Ich seh'n Schatten im Flugzeug. Bewegend. Schatten im Flugzeug sich bewegend. Treffer. Sichtkontakt mit Geisel. Er hätte schief gehen können. Er hätte blöde schief gehen können. Habt einen. Wer schießt denn da aus dem Raum hinter mir raus? Feinde nähern sich. Die Geisel muss gesichert werden. Bitte schön. Danke. Kopfschuss. Alter. Guck mal nach der Evakuierungstourne. Wir sind schon draußen. Was? Ja. Äh. Ich hab grad an dem Vorbeirennen sehen. Der läuft. Alles sauber. Noch. Wir haben die Geisel verloren. Die Geisel sichern. Was? Jetzt ist es auch. Ah, das ist noch was. Hab ihn. Oh, noch einer noch. Geisel sichert. Zum Evakuierungspunkt. Okay. Läuft. Was ist da los bei euch? Ich kann nur den Typen an mir vorbeirennen sehen. Okay, mitgehen. Geisel befreit. Evakuierung, ne? Trophäe erhalten im Sturm. Wow, wie er auf den Ombus legt. Tolles Bild. Toll. Was? Wollen wir schon an der ersten Stelle? Ohhhh. Kann ja gar nicht nur ein. Das Spiel ist aber heute verbuggt. Ja, wo ist sowas von? Ist halt einfach zu schlecht. Kann gar nicht sein. Ist halt meiner nicht würdig. Pass auf, du hast 1.300 Punkte. Wie viel hab ich? Ah ja, 100 weniger. Ja, reicht. Super. 100 Punkte können verdammt viel sein. So, jetzt muss ich nochmal eine G-G9 machen. G-G-N. Nicht 9. Und dann hab ich meine... G-I-G-N. Oder G-S-G-9. Nein. G-I-G-N. Was hat denn das für ne Farbe? Fremdenlegion sind die Blauen. Okay. Ey. Nehmen wir Blau? Kommt drauf an, was wir sind. Verteidiger oder Angreifer? Da der Kevin leider keine Angreifer hat, die blau sind. Ohhhh. Doch, ein Rekrut. Ach du meinst hier zum Beispiel Twitch? Ja, na... Ja genau, ja, ja, ja. Twitch und Botania? Ja gut, die kann ich nicht nehmen. Dann muss ich halt Fuse nehmen. Also wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal... Ich bin jetzt gleich schon... Schon zwei Level heute wieder gemacht, ja? Das ist süß. Ach, ich wollte jetzt was ich nehmen soll. Bis ich zwei Level mache, dauert das etwas länger. Komm, ich nehme mal den Rekrut. Ah, ich bin jetzt Level 16. Na dann nicht den Rekrut. Ja. Was? Bist du spielst schon mit ner 0815 Typen? Einfach so aus Spaß. Oh god. Ich hab auch keine Ahnung, was er dabei hat. Nichts. Der hat ja nischt. Du hast den Platzpatronenwaffe und... Zahnstocher. Für MacGyver wäre das schon verdammt viel. Das wäre zu viel für MacGyver. Der baut ja aus der Büroklammer auch ne Bombe. Natürlich. Wir müssen ihn also lokalisieren. Ich hab nur ein bisschen Sturmgewehr, ich hab eine Splittergranate. Ich hab... Aua. Aua. Wo? Was ist denn? Wir haben glaube ich alles bisher gewonnen, ne? Ja, Terroristenjagd ist ja jetzt auch nicht so schwer. Ne, ist es auch nicht. Wir spielen es immer noch auf Mitteln, äh auf Seiten. Ja, realistisch wirst du wahrscheinlich so weggeschossen. Du kommst gar nicht ins Haus rein. Du musst dich halt, äh, vorsichtiger bewegen. Bombpunkt tot. Alle. Ah, eine Bombe. Ach Dani. Ha? Dreh dich mal um. Nö. Na mach doch mal. Ja hier war das Ding, ich weiß. Ja richtig, der stand ja nämlich genau hier und ging voll ab. Schöpfen wir damit. Granate. Warte, ich spiel nicht. Korridor sauber. Keine Munition mehr. Lichtkontakt. Wir müssen die Geile sichern. Was? Schon wieder? Ja klar. Das läuft. Feinde nähern sich. Die Geisel muss gesichert werden. Jungs, Deckung. Wir sind da im Hintergrund. Hinter euch bin ich. Wer lacht da grad so? Achso, nö, ich nicht. Lachladen. Ich guck schon, dass ich die Wack-Rubung-Zone mache. Boah, Alter. Die Wack-Rubung-Zone ist feuer. Ich weiß, es sind nämlich gerade hier. Wenn ich den Schlag beschloss, ich bin weg. Oh. Ich weiß, es sind nämlich gerade hier. Wenn ich den Schlag beschloss, ich bin weg. Geisel-Rubung erzeugreich. Ich glaube, ich habe noch einen vermischt sogar. Ich hoffe, dass ich den gerade tatsächlich auch nicht verfehle. Boah, du wurdest gezeigt. Boah. Nein, warum? Ja, stimmt. Warum steht der Dany schon wieder an erster Stelle? Das kann nur ein Fehler. Ich brauche auch kein Spezialteam. Ich muss bei Ubisoft anrufen. Das kann doch nicht sein. Fehler. Absoluter Fehler. Und du hast die Geisel weggebracht, ne? Das ist ja das. Ich habe allein schon 30 Millionen Punkte bekommen. Ah, schade. Ich hatte den Zweien, okay. Aber guck mal, ich habe auch sieben Abschlüsse wie der Unternehmer. Der zuge Unterschied ist, ich habe einen Assist mehr. Super. Ich habe genau die gleiche Punktzahl. Der Unterschied ist wirklich nur ein Assist. Ich habe gleiche Punkte wie der Zweite. Kevin, was brauchst du noch? Was Blaues. Er muss Verteidigung spielen, sonst bringt das nichts. Wenn wir die ganze Zeit Angreifer haben, hat er keinen Blauen als Angreifer. Noch nicht, ne? Ich müsste kaum. Jetzt haben wir Beschützer, jetzt sind wir Verteidiger. Jetzt kannst du deinen Blauen auswählen. Nein, ich nehme mal einen Blauen. Klar. Hau ab. Ich nehme die Twitch. Okay, ich nehme hier eine Dock. Frost und Dock sind die Blauen. Nee, Frost ist nicht Dingens. Doch, ne? Doch und Rook. Ich habe nicht viele gute Verteidiger, das ist das Problem. Was nehmen wir? Ja, ich auch nicht, das ist das Problem. Nehmen wir einen Weinkeller? Was für einen Keller? Weinkeller. Nee. Was? Willst du jetzt weinen? Ich will saufen. Was nehmen wir? Wurst, du landest nach E alle da, wo alle landen. Da hat der andere einen Recruit genommen. Oh, weg. Oh. So. Ah, schade. Er hätte da noch einen Recruit genommen. Cool. Mit P90. Uh. Hat der... Hat der ihm gut geklappt. Damit müssen sich auch alle meine Tagesziele erledigt haben. Ja, ich verstärken. Der Feind formiert sich neu. Tagesziele. Was verdachtens. Was verdachtens. Oh, Mann. Hier sitzt doch was komisches Glatzenartiges. Kann ich das noch schießen? Nein. Runde verloren. Ja. Komm ich da. Du kannst wegfliegen. Da steht ein Heli. Eingang präpariert. Was? Da steht ein Heli? Warte, lass mich online. Lass mich wegfliegen. Oh, da steht ein Heli. Ein Buzzard. Wo steht ein Buzzard? Feindliche Angriff. Kampfbereit machen. Weiß ich nicht. Das ist kein Eurocopter. Helikopter in sein Ziel. Nee, danke. Das ist keiner. Jetzt schon. Nein. Zugangsbereit hat's bereit. Abstand halten. Der, ähm, an der Cover. Wer liegt denn da? Oh. Was? Gehst du mal da bitte dein... aus meinem Gesicht? Dein was aus dem Gesicht? Sprech dich aus. Deine Waffe? Welche Waffe? Ich bin da mit dem Brücken. Sprechenstoff. Au, ich lasse. Achtung. Die Gegner haben sich... Einfach mal wird reingerotzt. Trotzdem geworden getroffen. Ah, der Pumseck ist, äh, afk. Weil der wird angeschossen. Zineck. Das heißt, wir sind tatsächlich nur noch zu dritt. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Ne, ich hab, ähm... Darf ich dann abknallen? Ja, mach. Geh mal weg. Geh mal weg. Oh. Oh. Ah, so war Schluss. Ich krieg ein paar Punkte abzu. Oh, scheiße. Hallo. Geh zurück. Oder du stirbst. Okay, einfach kurz mit der Schrot fliegt. Ich hab nur ne... Ich hab nur ne... Ich hab nur ne... Ne Automatikwaffe. Ich kann mal kurz nachladen in dem Moment. Da bleiben wir Freunde. Fenster versperrt! Feinde, nicht Freunde. Hat sicher Feinde. Kommt von mir. Einer weniger. Vier weniger. Drei Feinde sind hier durch. Da haben wir ja noch drei.